Hey Leute, hier ist der Marc und willkommen zu einer neuen Kapitänskillung. Heute geht es hier rund um den Maximilian von Spee. Es handelt sich um einen deutschen Zerstörerkapitän mit seiner Basisfähigkeit Morgennebel, verringert die Ladezeit des Verbrauchsmaterials Nebelerzeuger, was eigentlich ganz nett ist, sag ich mal. Und wir schauen uns auf jeden Fall mal so die Skillung an. Wir haben in der ersten Reihe, Kontakt steht unmittelbar bevor, erhöht die Geschwindigkeit der Torpedos, was natürlich geil ist. Schnellere Torpedos gibt den Gegnern weniger Zeit, um auszuweichen, was natürlich immer gut ist. Alternativ hätten wir noch Unterwasserprojekt, verringert die Ladezeit der Torpedorohre und erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit der Torpedos, erhöht die Ladezeit der Hopp-Batterie des Zerstörers. An sich eigentlich auch ein gar nicht so schlechter Skill. Wir haben einmal die Ladezeit von Torpedowerfer, die runtergeht, was geil ist. Dann zusätzlich nochmal die Torpedogeschwindigkeit, die wir quasi jetzt im anderen Skill auch haben. Allerdings haben wir hier einen negativen Effekt, und zwar die Ladezeit der Hopp-Geschütze des Zerstörers. Und gerade bei den deutschen Zerstörern sollte man doch auch die Hopp-Geschütze sehr häufig einsetzen, weil die eigentlich ziemlich stark sind. Da könnt ihr auf jeden Fall einige gegnerische DDs mit zerstören. Von daher würde ich jetzt ungern diese Ladezeit verlängern, weil ihr dadurch halt einen Nachteil habt, quasi ein Torpedof, ein Gunfight. Und daher würde ich hier auf jeden Fall eine ersten Reihe Kontakt steht unmittelbar bevor nehmen. In der zweiten Reihe haben wir Prüfender Blick, verbessert die Tarnung des Schiffes, was natürlich immer geil ist. Besserer Tarnwert nimmt natürlich gerne mit ohne negative Effekte hier. Und in der zweiten Reihe hätten wir dann hier noch zerbrechliche Bedrohungen, verringert die Erkennbarkeitsreichweite ihres Zerstörers auf Kosten einer Verringerung der maximalen Trefferpunkte. Das ist natürlich nice. Ihr habt natürlich einen besseren Tarnwert wie bei den ersten Skill, habt allerdings halt den negativen Effekt, dass ihr wirklich die Trefferpunkte verliert. Und dort gilt es halt wie auch hier oben. Wie gesagt, die Hopp-Geschütze des Zerstörers sind ganz gut. Ihr könnt auf jeden Fall auch so ziemlich jeden gegnerischen Zerstörer halt wirklich in den Gunfights mit den deutschen Zerstörern halt bekämpfen. Und wenn ihr quasi hier die Trefferpunkte sozusagen reduziert, dann habt ihr natürlich schlechtere Chancen, den Fight zu gewinnen. Klar habt ihr den ein bisschen besseren Tarnwert, aber ich persönlich würde hier trotzdem auf Prüfender Blick gehen. In der dritten Reihe haben wir wieder vorrätig verringert die Ladezeit der Torpedorohre, was natürlich auch nice ist. Habe ich jetzt hier auch genommen, kürzerer Reload der Torpedos. Natürlich eine coole Sache. Als zweites hätten wir sonst noch Torpedo Safari. Erhöht die Reichweite der Torpedos, aber verringert sie für die Hopp-Batterie. 7% von der Hopp-Batterie würden wir jetzt hier auf diesem Level aktuell verlieren, was halt schon einiges ist. Von daher würde ich jetzt nicht nur um ein bisschen mehr Torpedo-Reichweite zu haben darauf verzichten. Ich sag mal, wenn man wirklich komplett auf Torpedos spielen möchte, dann sind meistens eh die japanischen Zerstörer am besten geeignet. Und ich würde jetzt ungern irgendwas bei den Deutschen jetzt skillen, was halt wirklich die Hopp-Geschütze verschlechtert. Alternativ hätten wir noch Alarmbereitschaft. Aktiviert die Warnanzeige für feindliches Langstreckenfeuer und verbessert gleichzeitig die Schiffssteuerung. Das ist natürlich auch ein guter Skill. Wenn ihr diesen nehmt, dann habt ihr da direkt eine Zahl stehen. Es schießen gerade zum Beispiel 5 Schiffe auf euch oder Zielen auf euch. Und zusätzlich noch eine bessere Ruderstellzeit, um natürlich auch agiler zu sein. Das ist auch nicht verkehrt. Dort könnt ihr auf jeden Fall selber mal ein bisschen gucken. Gerade wenn ihr merkt, euch sind die deutschen Zerstörer oder speziell der Zerstörer, den ihr gerade spielt. Wie gesagt, das ist eine allgemeine Kapitänskillung. Nicht für einen Schiff. Wenn ihr dort merkt, okay, dieser deutsche Zerstörer ist relativ träge, dann solltet ihr vielleicht die Ruderstellzeit noch ein bisschen verbessern. Wenn ihr merkt, okay, das passt eigentlich ganz gut. Ich würde gerne ein bisschen mehr Torpedo-Nachladezeit haben, also kürzere. Dann solltet ihr wieder vorrätig nehmen. Sind beide Skills auf jeden Fall, denke ich mal, auf einen Level. Torpedo-Safari würde ich persönlich nicht nehmen. Aber die anderen beiden Skills sind wirklich gut, meiner Meinung nach. Und wir machen weiter in der vierten Reihe. Nebel über dem Wasser erhöht die Wirkungsdauer des Nebelerzeugers und die Dauer der Nebelwand. Das ist natürlich ein schöner Skill, gerade wenn man halt seine Basisfähigkeit sozusagen nochmal in Betracht zieht. Wenn man halt schon eine Basisfähigkeit hat, die halt die Nebelwand bezieht, sollte man halt auch vielleicht zusehen, diese halt auch in den Skills nochmal zu berücksichtigen, um einfach nochmal eine bessere Nebelwand zu haben, wo man mehr Profit draus ziehen kann. Alternativ hätten wir noch, zerstören oder zerstört werden erhöht die Höchstgeschwindigkeit ihres Zerstörers auf Kosten einer verringerten Präzision der Hop-Batterie. Ja, auch gleicher Grund wie bei Unterwasser-Projekt, zerbrechliche Bedrohung, Torpedo-Safari. Auch hier bei diesem Skill würde ich halt ungern die Hop-Batterie von meinen deutschen Zerstörern verschlechtern. Und daher würde ich auf jeden Fall Nebel über den Wasser nehmen. Dann kommen wir noch zu den legendären Skills. Dort haben wir einmal unaufhaltsam verringert die Reparaturzeit des Motors. Auf dem letzten Meisterschafts-Level wird bei beschädigten Motor die Beweglichkeit teilweise wiederhergestellt. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Skill, gerade wenn man das letzte Meisterschafts-Level erreicht hat, dass der Motor quasi teilweise wiederhergestellt wird. Das kann einen wirklich das Leben retten, wenn man quasi wieder fahren kann. Und ja, wenn man halt stehen bleibt und Probedos kommen, ihr kennt es sicherlich selber, dann ist man halt schnell weg. Aber wenn man dann nochmal ein bisschen teilweise wiederhergestellten Bewegungsgeschwindigkeit hat vom Motor, dann ist das ziemlich nützlich. Alternativ hätten wir noch, ich will Tempo, fügt zusätzliche Ladung des Verbrauchsmaterials Motorboost hinzu, erhöht dessen Wirkungsdauer und verkürzt die Ladezeit. Das ist halt, ja, ist halt okay, sage ich mal. Ist natürlich nett, Ladezeit vom Motorboost und die Dauer verbessert. Zusätzlich noch weitere Aufladung. Allerdings würde ich da nicht für das Unalfhaltsam für Opfern und würde dann quasi hier als Legendary Skill diesen hier auch nehmen. Dann kommen wir noch zu den Inspirationen. Dort bin ich halt bei Zerstörer fester Meinung, dass der Tarnwert mit am wichtigsten ist. Nicht unbedingt bei der Skillung, wie gesagt, da haben wir uns ja für den etwas schlechteren Tarnwert entschieden, weil wir halt einfach unsere Hauptgeschütze quasi verschlechtern würden. Aber bei den Inspirationen versuchen wir jetzt auf jeden Fall nochmal eine bessere Tarnung zu kriegen. Und dort kann ich euch halt nur empfehlen, als Inspiration den deutschen Kapitän Erich Bait zu nutzen. Dieser verbessert die Tarnung des Zerstörers, was natürlich eine geile Sache ist. So könnt ihr wirklich richtig, richtig gute Tarnwerte erreichen. Und optimalerweise als zweite Inspiration könnt ihr noch den Jersky Swirsky nutzen. Verbessert nochmal die Tarnung des Schiffes im Allgemeinen, was natürlich auch verdammt geil ist. Wenn ihr diese beiden Zerstörer Inspirationen quasi drinnen habt, dann habt ihr wirklich ultra geile Tarnwerte. Und habt halt wirklich viele Möglichkeiten in euren Gefechten aus der Deckung Überraschungseffekte zu erzielen. Oder einfach gegnerische Zerstörer zu outsporten, was einfach verdammt, verdammt geil ist. Alternativ, wenn ihr vielleicht einen oder sogar beide von den Kapitänen noch nicht habt, könnt ihr auf jeden Fall auch den Reginald Tierwiff nehmen, den britischen Kapitän. Dieser hat den Effekt, verringert die Wahrscheinlichkeit von kritischen Schäden an Steuergetriebe und verkürzt die Ladezeit der Torpedorohre. Das ist natürlich auch nice. Ein reduziertes Risiko vom Ausfall eines Steuersgetriebes kann euch auf jeden Fall teilweise das Leben retten. Auch wenn ihr das natürlich nicht unbedingt mitbekommt, weil ihr wisst natürlich nicht, ob ihr jetzt quasi kein Steuergetriebe verloren habt, weil das einfach durch diesen Skill sozusagen war. Oder ob ihr Glück hattet. Also da würdet ihr nicht aktiv viel merken. Aber zusätzlich auch noch die Ladezeit von den Torpedowerfern, die reduziert ist, ist halt auch noch verdammt geil. Von daher auf jeden Fall auch eine sehr schöne Inspiration, die ihr nutzen könntet. Alternativ könntet ihr auch noch mal hier zu den amerikanischen gehen. Zum Beispiel der William Sims ist auf jeden Fall auch gar nicht mal so verkehrt. Gerade für die höheren Stufen, die ihr fahrt. Dort bekommt ihr nämlich noch mal mit euren Zerstörer Trefferpunkte pro Schiffsstufe. Das heißt, Schiffsstufe 7 bekommt ihr natürlich deutlich mehr Leben dazu, als wenn ihr Stufe 2 fahrt. Dort ist der Effekt natürlich größer. Aber hier könnt ihr auf jeden Fall noch mal eure Trefferpunkte bei den Zerstörern massiv erhöhen, was geil ist. Und zusätzlich noch eine weitere Alternative wäre zum Beispiel hier der Alec Burke. Dieser erhöht die Präzision der Hauptbatterie ihres Zerstörers. So habt ihr halt einfach es leichter, häufiger zu treffen, genauer zu treffen. Und kann euch halt auch in den Gunfalls sehr hilfreich sein. So, und da sind wir auch schon wieder am Ende der Kapitän-Skillung für den guten Maximilian von Spee. Wenn ihr irgendwelche Fragen noch habt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich helfe euch auch gerne dort weiter. Sonst würde ich mich natürlich noch über einen Like freuen. Lasst auch gerne ein Abo da. Schaut auf meinen Kanal vorbei. Dort findet ihr ganz, ganz, ganz viele Videos zu World of Warships Legends. Hier seid ihr auf jeden Fall genau richtig, wenn ihr dieses Spiel genauso liebt wie ich selber. und schaut auch gerne in der Videobeschreibung vorbei. Dort findet ihr meinen Twitter-Account oder meinen Discord-Server. Tretet gerne dort auch bei. Oder auch meinen Twitch-Kanal. Lasst auch gerne dort ein Follow da. Ich würde mich wirklich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao. 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 Ciao.